Ja! Kamokles! Willkommen zurück zu Bachmann Y! Wir sind hier im Gras und ich... nicht ins hohe Gras? Ja! Kamokles! Ich will das Fang! Ich habe zwar noch nicht geschaut... Nur Kratzen! Bitte besiege es nicht, du Texo! Bitte besiege es nicht! Was? Getroffen? Was? Was? Achso! Keine Wirkung! Gut! Aber es ist also... Unlicht oder Geist? Geist Metall! Wenn ich damit gut komme, ist es... Aber warum es besiegt? Das Risiko gehe ich nicht ein! Okay! Vivillon! Also Eneko? Ich versuche mal Eneko! Nur kein Feuer! Nur kein Feuer! Nur kein Feuer! Nie! Ach, ich mag's! Oh Gott! Das ist schwierig! Ich muss jetzt nicht besser... Ah, das kann ich eigentlich auch mal machen! Gut! Gut! Ääääh... Ich versuch's mal so. Danke! Schauen, ich mach' noch kurz Aufnahme-Pause. Ich mein' den Karten, sorry. Ich mein' den Karten. Es wickelt ein blaues Tuch um den Arm von Menschen, die seine Schwerkriff ergreifen und absorbiert deren Lebensenergie, bis sie zusammenbrechen. Gar nicht nett? Es ist doch sicher... Moment! Es muss mit Finsterstein... Finster... Finsterstein... Es entwickelt sich zum letzten Mal und das ist er machbar also... Ja! Willkommen im Team! Kann ich da eins entbrieren, was ich grad momentan hab? Skobel oder... Hm... Tja! Es tut mir leid, aber... Eneko ist auch nur mit Finsterstein zu entwickeln. Skobel... Hat dann zwei Typen... Boden! Also, leider muss ich Eneko... Moment mal, ich geh's aber erst... Wir haben die Zeit, oder? Wollen sie uns? Ich will Duokless im Team! Okay, man bekommt ja noch ein... Lucario, aber ne... Ich bin kein Fan von Lucario... In der Seine, aber nein... Okay... Aber es wird noch geheilt! Wo das glaub ich nicht mehr gekämpft hat, aber spielt auch keine Rolle... So... Oliver's bitte... Bewegen! Das mach mit der Maus hier, vielleicht gar nicht seht... Okay, tut mir leid, Eko, aber... Skobel... Ist bald entwickelt... Stahlgeist... Schwäckling... Ja, das klingt sehr gut! Wir kommen im Team, Duokless! Zu Duokless, und dann... Durengard! Vielleicht aber noch kurz... Heilen! Die Perspektivenwechsel vorhin... Und wir gehen zurück... Wir müssen kämpfen... Kämpfen mit der Sehne gut... Und das hier... Gas geben hier... So... Jetzt möchte ich wirklich nicht mehr ins hohe Gas gehen... Ich habe ja schon... Pyramokless... So... Bewege ich mich hier mal auf Sand... Quoten... Da ist noch was! Ich hab's nicht gesehen... Ah! Ich kämpfe, wenn ich... Ich will fliehen... Wieso? Okay... Ich hab's nicht... Bock auf die... Zupperschutz! Ja... Aber ich habe nicht einsetzen... Ich weiß ja nie... Was man sonst verpasst! Warum? Ach! Kurbeere... Warum auch immer... Ist das ein Beren-Typ? Ich weiß nicht... Ich kann mich... Ah... Hier bin ich wieder... Ah! Willens hohe Gras, bitte! Dann... Sind wir ja wieder hier! das gegner gibt nicht der bier bin ich dabei alles grobe so ein habe ich auch du bist normal und gegen normal hilft auch so heißt das nicht die exe ist effektiv ich verstehe es nicht aber ist auch es ist nicht so eine große kraftübung ah man danke habt ihr schon sehr nett aber nein danke noch eine zweite seite das ist interessant das will ich auch noch gut das ist mir wurscht das entwickelt sich nämlich zu zweit und gleichzeitig wie heißt es schon wieder so und fliegen pokémon und hüllen pokémon dass er eigentlich tot ist ok ich denke ich setze mal beutel normalen pokémon sollte für dich reichen in kada wurde gefangen Manche Ninkada lebt bis zu 10 Jahren unter der Erde und sagt, er schaffst aus Baumbusen. Also ich glaube es ist das. Ich muss mich schwer irren. Sonst ist es auch nicht schlimm. Gefangen ist gut. Nein! Ich hab schon Pflanze, danke. Ich will zum verdammten Gras raus. So und jetzt noch nach rechts. Die Zeit nehmen wir uns. Dann trainieren. Ist ja auch immer gut. So, ich geh mal links durch. Ich seh mal, ich seh es genau. Jajajaja, du bist ein Pokémon. Tartiri. Wegen Tartiri hab ich noch nichts gescheites. Gut, also, lass mal Glutexos einen Spaß. Gut. Passt. Alles gut. Tibo, wir heißen Tibo. Sorry. Sonst ist ja nicht so viel Besonderes. Bleib dabei und geh links durch. Und ich geh zurück und geh rechts. Aha. Das hat sich gelohnt. Ich geh eine Höhle sein können. Ähm, ja. Hallo. Ich lese es nicht vorher. Ist mir wurscht, was hier erlabern. Ein Vollbeat. Ein Skobble ist noch nicht... Doch, eigentlich weiß ich ja. Nein, das ist Käfer. Hallo? Käfer. Hier. Ja. Hahaha. Ja, kannst du Doppelteam einsetzen? Ist mir doch wurscht. Ein Gartsonntag kannst du noch lange Doppelteam einsetzen. Ach, Fluchtrechner, als es sei. Nicht so tief hier. Habe gebracht, als trotzdem nix. Oh, Level 20. Das wollte ich auch. Der Star, ich habe 20 auch. Oh, Nadal Rakete. Was haben wir denn da feines? Spitzenadern treffen das Ziel zwei bis fünfmal. Nee. Nee. Wir haben Ranken, wie am Wald. Irgendwie Egersamen. Moment, Moment, Moment. Nein, nein, nein. Das ist ein Käfer. Moment jetzt. Egersamen brauche ich nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es so nie. Ich brauche ja eh nie Egersamen. Ich mag Egersamen, weg damit. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich habe den Lieben keinen Käferattag gegeben. So. Oh. Ah! Farsch gedrückt. Ich denke, wieso? Aber nee. Ich brauche sie nicht. Wird er sie im Magen und Obus belassen. Doch wenn man wechseln. Hier lasse ich Klotexo noch ein bisschen seinen Spass. Darf ja auch mal sein. Laila. Hallo Laila. Wie ist dich Laila? Wie gehts die Laila? Schon wieder Käfer Pokémon? Was soll das? Klotexo. Also, ich bitte darum. Ich habe wahnsinnig was gebracht. Oh, oh, wie wird kein Psystrahl? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Gut, gilt ein Stöcherspore. Warte mal. Ach, das ist es. Das bringt einfach nichts. Gut, gilt ist so eine Rundensache. Aber nein. Come on class. Was willst du vergessen? Was kannst du vergessen? Ja, ja, ja. Ja. Die Attacke richtet beim Psy doppeln Schaden an. Okay. Es richtet auf jeden Fall Schaden an. Towersound. Stoß. Ein Spitzenschreise. Äh. Näh. Wenn ich da das Attacken biete. Okay. War doch gut. Das sind ja nur so Psydo. Psydo. Äh. Schranken hier. Ist da noch was? Ist da noch was? Das ist nicht okay, kein. Hallo, Myrapla. Wie geht es dir? Gut. Okay. Dann lass dich nicht stören. Ich wollte kurz sagen. Es ist nämlich eine enge Kiste hier. Na, was haben wir denn gegen den Teenager? Ach ihm. Blinbunkel. Oh, Gift. Wann immer gegen ihn? Der Effectivist? Ich hab ihn mir davon mal. Ach, er will den D1. Schaden der Effectivist nicht so sein. Hallo, Skabel. Bis bald. Eh. Body check. Nee. Nee nee nee. 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 Nee nee nee. Nee nee nee. Nee nee nee. Ja, das ist auch klappt, ja. B-Boer, was haben wir gegen B-Boer? Oh, also, was haben wir gegen B-Boer? Wollen wir mal kurz? Gib mir ja. Nein, äh. Äh, ah, Mann! Oh, was ist das? Psycho-Strahl. Ich will, ich, ich, komm! Komm, komm, komm! B-Boer, wo darf es mal ran? Das war's ja nie zum Zug. So. So, die Klappe, oder? Psycho-Strahl, bitteschön! Inhefe... ...aktiv... Ja! Äh, ja. Da sollte ich jetzt ein bisschen rechnen. Ja, mal getroffen. Was geht da noch? Läuft! Hat dich genutzt! Na, Bibi, ja! Hast du sauber gemacht! Entrasse, vielleicht kommt du nicht so. Hehehehe! Was gemacht? Was gemacht? Wieso? Ja! Ich hab sie mit deinem Klimassi! Ach, nee! Kommt doch! Hör ich doch mal nach wie diesen blöden Status-Attack! Gut! Was hält man denn auch? Was war hier? Was war hier? Nix! Äh! Was ist jetzt alles? Nein! Ja! Danke, Grammokles! Ich hab ihn schon! Ich mag dich! Aber ich hab ihn schon! Ich hab ihn schon! Was haben wir denn hier? Irgendwie bekämpft! Scheiße! Ah! Kann ich auch mal einen Schritt gehen, ohne... einen Kater zu erwischen? Wäre ja nett! Wäre ja wirklich nett! Das ist nicht hier, oder? Ich geh... Ach, wieso komme ich da nicht hin? Hallo? Hehehe! Ja, den Kater! Ist ja gut! Ich mag dich auch! Oder nicht doch? Mann! ja, das echt... was ist hier auf der anderen Seite! ��� Ich nehme ihn fest und das wird ein paar Tränen auf mich warten. So fährst ich dann noch die Pokémon. Der Anteil kostet 1000 pro Person. Im Ernst, das kostet Geld? Der Eigentum des Palastes vertritt die Ansicht, dass man nie genug Geld haben kann. Menno, so werden die Reichen immer reicher. Hier hast du deine 1000 Dollar. Das heigen genommene Geld wird zur Handhaltung des Palastes verwendet. Ähm, zum Beispiel des Größenteils. Arsch. Okay. Schön ist er ja schon. Äh, kann ich auch? Wenn ich ihn wie lange schon aufnehme, muss ich mal nachschauen. Ja, es eignet sich gut, dass hier der Part zur Ende ist und wir erkunden den Palast im nächsten Part. Also, danke für's dabei sein. Bis dann, und tschüss! Ja, es ist dir, wenn du jetzt aufmächtest, Untertitelung des ZDF, 2020